Mit vollem Recht. Das war kein Grenzfall, das war eine klare Sache. Gelbe Karte. Es gibt die gelbe Karte. Bei diesem Foul erreicht der Freistoß überhaupt nicht aus. Es gibt eine gelbe Karte, natürlich. Da nutzt keine Ermahnung, da gibt es eine Verwarnung. Gelb. Der Schiedsrichter zögert überhaupt nicht. Gelbe Karte. Der Schiedsrichter holt die gelbe Karte raus. Für dieses Foul sieht er gelb. Ja, da muss es gelb geben. Und da sieht er gelb. Zu Recht.